Hallo Leute, willkommen zu Super Meat Boy zurück. Und heute habe ich einen Gast, Kommentar, und zwar des Roll-Fan. Sag nochmal Hallo. Ja, hallo. Ich bin heute also dabei. Jo, und ähm, ja, wir werden jetzt, oder ich werde jetzt mal anfangen. Ähm, wir gehen jetzt mal Start Game. So, also, in der ersten Welt, wo hatte ich was vergessen, hast du gesagt? In 18? Ich glaube, 18 oder 16, ich weiß nicht ganz. Ich glaube 18. Ja. Okay. Hm, wie viele Welten gibt es eigentlich nochmal da? Ich habe keine Ahnung. Zu viele. Also. Ist es blind? Jo, ist es. Oh. Ähm, 18. Das High-Fly-Fee nehme ich jetzt aber mal nicht. Meat Boy. Sehr cool. So, wo hatte ich den Bandit vergessen? Hm, da unten. Ach, stimmt. Ich hatte auch noch irgendwo anders den Bandit vergessen, das weiß ich. Oh mein Gott. Spring, Meat Boy. Oh, schon wieder. Egal, ich habe ja unendlich Versuche. Shit. Mann, ich vergesse mal, dass die Säge dann kommt. So, warten. Und jetzt stimmt. Auf, da. Shit. Ich weiß gar nicht, wie ich das Ding holen soll, ohne irgendwie dann mal noch abzukappen. Weil dann passiert meistens das. Shit. Voll in die Säge. Jo. Oh Gott, nein. Okay, das war dem nicht. Definitiv. Was? Mann, das. Hast du den gesehen? Einmal voll durch. Ja. Oh, nicht schon wieder. Und schon wieder. Gleich am Anfang. Ich stelle mich aber auch an, ey. Schon wieder. So. So, in zwei Minuten die ganze Karte rot. Nein. Shit. Wie soll man das denn schaffen? Das geht. Ich hab das gerade fast. Ich muss nur noch. Ich kann mich abstoßen und... Hä, wie unfair. Man muss genau in den richtigen Moment springen. Und ich hab mich drauf geachtet. Und wieder voll rein. Ja, ich würd sagen, in ein paar Minuten muss die komplette Karte rot, wenn's weitergeht. Ja. Mann, wie die immer schreit, diese Pinke, oder? Vor allen Dingen, sie werft sich ja auch nicht. Sie läuft nicht mal weg. Ja, vor allen Dingen, wenn ich sie gerettet hab, die... Die rentt nicht weg, ist genau wie Peach. Peach hat ja ne Affäre mit... Peach hat ja ne Affäre mit Bowser, falls du's... Wusstest. Oder falls du's nicht wusstest. Ja. Ich mein, warum sollte sie sich sonst einfach immer wieder entführen lassen? Hm. Keine Ahnung. So, nein! Scheiße! Ich hatte es! Scheiße! Zu schnell? Schon wieder. Ich will mich jetzt einmal hier... Oh, der war geil. So, jetzt aber. Komm. Wie soll man das... Warte mal. Ich guck jetzt gerade. Gleich, wenn die Säge gleich vorbei ist, musst du gleich springen. Nein! Scheiße! Du hattest es. Ich hatte es, theoretisch. Scheiße, jetzt ist er wieder nicht gesprungen. Ich hasse diese Sprung-Taste. Okay, der war irgendwie dämlich. Schon wieder. Irgendwie besteht das Let's Play aus, ähm, Try and Fail. Probieren und sterben. Ich glaub, mir fail it. Ja, let's fail, genau. Nein! Mann, das ist genau so eine Stelle wie letztens. Wo ich den Zeitraffer eingefügt hab für... Wie lange? Für 10 Sekunden oder so. Ja, das ist genau geschafft in der Zeitraffer. Ich wette, wenn ich es nicht aufnehmen würde, würde ich es sofort wieder schaffen. Das ist irgendwie... Dumm. Du machst genau die Zeitraffer an, und dann klappt es. Ja, genau. Shit. Okay, ich probiere es noch fünfmal. Sieh, du mal mit, sonst erzähl ich mich. Okay, ich will nicht fügig hier in Zeitraffer ein, weil das dauert sonst zu lange. Shit. Noch viermal. Das zählt nicht, das zählt nicht ein Versuch, wenn man so direkt am... Ah, okay. Wenn man direkt am Anfang reinrennt. Das ist sonst dumm. Das ist noch drei Versuche. So. Warte, warte, jetzt. Oh. Okay. Nur noch hoch, nur noch hoch, nur noch. Hä, wie soll das gehen, wie soll man noch hochkommen? Ah, ich glaube ich... Oh, dumm, ich muss dann die Wandern springen, was? Ja, habe ich auch gerade bemerkt. Shit. Ein Versuch noch. Okay. Dann würde ich sagen, Zeitraffer. Ja. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018